ein anblick wie sonst im oktober braune bäume die erlaubt bereits abwerfen trotz einiger regengüsse hat man in vielen landesteilen weiterhin mit großer trockenheit zu kämpfen und damit hallo und herzlich willkommen bei wetter online ja so wie hier im westerwald so schaut in sachen trockenheit derzeit in vielen regionen deutschlands aus ob jetzt bald ein ende der dürre und der trockenheit in sicht ist oder ob das ganze weitergeht das schauen wir uns jetzt mal genauer an zuerst werfen wir mal einen blick zurück die regensummen karten vom juli zeigen dass besonders im westen nur sehr wenig nass vom himmel kam teils war es sogar komplett trocken auch im bisherigen august war es besonders in teilen von nordrhein-westfalen sehr trocken und selbst wenn mal ein schauer oder gewitter durchzog dann kamen meist nur zehn bis zwanzig liter zusammen in anbetracht der trockenheit wirklich nur ein tropfen auf den heißen stein ja und der blick in die wetterkarten der verheißt auch nichts gutes zwar ziehen in der nächsten zeit immer mal wieder ein paar schauer oder gewitter durch das was wir jetzt dringend bräuchten landregen der über mehrere tage hinweg anhält das ist weit und breit nicht in sicht die großräumige wetterlage die lässt den wetterfronten atlantischer tiefs auch in der nächsten zeit kaum eine chance zu uns durchzudringen wenn die wetterfronten dann doch mal eine lücke finden dann schließen die hochs über den azoren und osteuropa diese rasch wieder und die tiefs verhungern derzeit bleibt eigentlich nur die hoffnung auf die fortschreitende jahreszeit die temperaturunterschiede zwischen dem hohen norden und dem süden die werden nun immer größer und somit könnten die atlantischen tiefs irgendwann auch kräftig genug sein um sich bei uns durchzusetzen wann und ob dies so kommt das steht allerdings noch in den sternen auch wenn sich auf den wiesen hier und da wieder ein hauch von grün zeigt die trockenheit die ist damit noch längst nicht vorüber wann es bei euch mal für einen schauer reichen kann das erfahrt ihr am besten mit der wetter online app jetzt downloaden im app store für android oder ios ich bin björn goldhausen von wetter online